Yo Leute und damit Willkommen zurück zur Pokemon Challenge mit dem Flash Mit Centos, dem bieser Samenvergewaltiger Nee, nee Doch Vor allem da ganz anders gespeichert, auch komisch Gut, dass wir die normalen Sets haben, weil ich eben gespeichert hatte und das nur vor der Arena war Ja, ja Fliegen Komisch, komisch Wo wollen wir denn hinfliegen? Fuchsailer City Eigentlich habe ich schon gesehen Warte mal, wie viel Kohle hatte ich denn jetzt? Ähm, Centos 5247 und ich glaube 1000 kostet eins Fuck Damit Centos nicht rummerkert, dass ich meine Pokemon nicht rausgepackt habe Ja Ja, ich gehe in die Arena rein, wo die Pokemon zwischen 35 und 40 sind und ich hatten 62 Pokemon Ja Toll Und ich muss erstmal weiter trainieren Und dass das nicht zu lange dauert, brauche ich den Sweep mal auf 200 hoch So Weil die Ladezequenzen sind einfach zu lange da durch Ich weiß So ab in die Vor die Arena Bildschirmwechsel Badam Hätten wir erstmal mal ein Pokemon mit daheim sollen Fuck Din, 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 din Ja, man sieht ernsthaft den Weg, wie geil ist das denn? Ja Sag ich doch Guckst du mal ein bisschen zur Seite an? Ne, komm wir kämpfen mein Freund Gleim aaaaaaaaaaah Hier, tschüss Gleim aaaaaaah Tschüss 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 Tschüss, tschüss, tschüss Komm wir wollen auch kämpfen Tschüss 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 Und tschüss 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 Rücksicht Tschüss Am Muss halt in der Spielle alles spielen Kann ich eigentlich auch machen, ja Aber da das dann Derme schnell einsten kann, dann geht das ja eigentlich Ja, drückst einfach nur Taborgar nimm mit Eck Knöpfen Naja jetzt gib ich grad so kids a呀, es ist nur noch was zu gewinnen shaking Glock Und Traumator Bres друг sicher wie gab es das eigentlich 300 oder 350 oder doch 700 ich weiß es nicht ja auch nicht glaube das hatte ich noch nie fahrradkarte supertränke habe ich nicht nur superwelle gehabt ja gegengift kann ich erst wegtun hätte ja vorher nach der zeit dass die rote gar nicht mehr funktioniert hat also dass nicht mehr gespeichert hat weil die eigentlich kaputt gegangen ist oder eigentlich zu viel staub bei gekommen ist also keine ahnung und besiegt kommen auch tot ja geben wir mal unsere kirchen ist klar item wo ist jetzt die karte noch mal da ist der radikel 15 bei dem vogel auch ich hasse die schwimmer ich hasse die schwimmer ja meine güte dann weiß ich dich halt das muss was kann ich eigentlich falsch ist dass man schon bei den ohren obwohl momentan gewinne ich ganz gut ne du bist schlecht ne du gib mir doch 37 oder 3 bar ne hättest du wohl gerne aber nein ja habe ich auch gerne das sieht aus hier nicht aktos und wir schon wenn wir fragen mich wie die insel das heißt deine mutter item ja mit dem wasser genau da musste man ja steine hinschieben ja solange die edition nicht mehr gespielt dafür braucht man ja stärke das kriegst der später in kein glaubt nach sabrina immer stärke und krabi ein krabi stelle du musst auch schön ja ich glaube stelle du gab es in der roten gar nicht also nicht hallo drattini man muss jetzt ernsthaft fluchtzeit oder schaufler benutzen ich finde hier nicht mehr raus vor allem dass drattini schon level 18 noch nicht schlecht hast du jetzt gerade gekauft oder ja ja klinge da viel schneller na inton aber vor allem jetzt heißt es erstmal trainieren also wenn das generell nur training zu kauf folgen eben tschüss ach komm verschwinde doch verschwinde total los pokémon surfer ach nee wir machen ja gar nicht durch stimmt ja waa waa ach man kam nicht mehr weiter ich hasse dass sonst nur die attacke aussehen muss muss ja schnell einzusetzen ich hab so viel ja warte mal hier können wir eigentlich labras tauschen und trainieren ah ich weiß den weg gar nicht mehr hallo und tot okay das ja du bist ein schwimmer du willst gegen mich kämpfen also hier body slam da oben na da na was haben wir hier ein rehhorn oh oh mein steil werfen ach man bin ich ernsthaft verwirrt willst du mich jetzt rollen danke Aber auch fertig Dito, Dito, Dito Ich weiß ja noch, was in der Seba nennen Wie so ein shiny Pinsir mit einem aufgetaucht ist In der Safari-Zone da Kannst du jetzt mal ernsthaft nicht Ach, dann sterb doch einfach Dito Ich wollte dich eigentlich fangen Dito, 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 Dito Da oben war das Ding, ne? Hallo, Knabe Ich weiß gar nicht mehr, wo das ist Oh, fuck